Es ist Samstag, der 14. Mai und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Sonderfolge habe ich den lieben Lennart zu Gast. Lennart ist Gründer von NFB Hive, ein NFT-Projekt, welches sich mit dem Aussterben der Bienen beschäftigt. Mit dem Projekt wird Lennart eine Community bilden, die gemeinsam etwas Nachhaltiges bewirken kann. So sollen neue Lebensräume für ganze Bienenvölker geschaffen werden, sodass das Ökosystem der Bienen, welches auch wichtig für unser eigenes Ökosystem ist, erhalten und ausgebaut werden kann. Hört am besten selber, was Lennart zu berichten hat und wie ihr Teil des Ganzen werden könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Ja, wie vorhin vorgestellt, habe ich den lieben Lennart hier heute zu Gast. Lennart, zuallererst, wie geht's dir? Sehr gut, vielen lieben Dank, dass du mich hier hast. Ich freue mich mega, das wird eine super Folge. Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben heute ein Thema, was ich persönlich sehr interessant finde, weil es einfach die NFT-Sicht mal von einer ganz anderen Seite betrachtet. Ich hatte zuletzt hier in der Show zu Gast Künstler, Bierbräuer mit Foutcrowning. Doch jetzt kann ich den Leuten sagen, wir haben hier heute jemanden zu Gast, der sich für die Umwelt, für ein Projekt einsetzt, was ihm am Herzen liegt. Und dementsprechend bin ich auf Lennart gestoßen und fand es sehr wichtig, ihn heute mal in die Show zu holen, sodass Lennart uns einfach mal sagen kann, was das NFT-Projekt von ihm ist, welche Intentionen er hat. Doch zuallererst, damit die Leute dich kennenlernen, die Zuhörer mal so wissen, wer ist Lennart, sag uns doch mal, wer ist denn Lennart eigentlich? Ja, natürlich, fangen wir doch erstmal mit mir an. Also ich bin der Lennart, wie schon gesagt, 21 Jahre jung. Ich studiere aktuell noch in München Internationales Management. Das ist tatsächlich aber mittlerweile eher so mein Nebenberuf geworden. Also ich fokussiere mich da wirklich hauptsächlich auf mein eigenes Projekt. Ich denke auch ganz interessant dafür wäre erstmal zu wissen, wie ich überhaupt in den NFT-Space reingerutscht bin, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich habe im letzten Jahr im Januar angefangen, mich mit Kryptos auseinanderzusetzen und da meine ersten Investitionen getätigt. Und ja, im Sommer bin ich dann auf NFTs gestoßen. Tatsächlich durch den Vater von meinem besten Freund, der mir davon was erzählt hatte. Und für mich war das ganz wichtig, wenn ich irgendwo ein Projekt anfange, dass ich auch wirklich den Hintergrund verstehe. Ich habe das Gefühl, mittlerweile gibt es viele Leute, die NFT-Projekte machen, um wirklich eben nur Geld zu verdienen und gar nicht mal das ganze System dahinter verstanden haben. Und genau so hat es dann bei mir angefangen, dass ich eben in erste Projekte selber investiert habe, um ein Teil von diesem Space zu werden und wirklich zu verstehen, worauf es ankommt. Und als ich das dann getan hatte und mich auch wohlgefühlt habe, kam mir dann die Idee, hey, ganz ehrlich, du hast eigentlich schon ein ganzes Leben lang das Bedürfnis danach, eigene Projekte anzufangen. So dieses Unternehmertum ist eigentlich das, was dich selber antreibt. Ist doch eine gute Chance, das Ganze jetzt mal wirklich anzugehen. Und dann kam mir die Idee, hey, es gibt wie gesagt so viele NFT-Projekte, wo es rein ums Geld geht. Warum kann man das denn nicht mal anders machen? Warum können wir denn nicht auch mal was Gutes machen und das eben verbinden mit dieser neuen spannenden Technologie? Und genau so ist das Projekt dann gestartet. Auf der Projekt kommen wir dann gleich zu sprechen. Du hast gerade gesagt, du hast dich letztes Jahr das erste Mal mit NFTs beschäftigt, Kryptos zuvor. Ich glaube, viele finden den Weg erst mal durch Finanzen, Kryptos und dann den NFT-Space. Was waren denn so deine ersten Investitionen, was NFTs angeht? Oder wie waren deine Erfahrungen, besser gesagt, damit? Also ich habe tatsächlich in Projekte investiert, die dann auch nicht gut geflogen sind. Am Anfang, The Sevens, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war damals eines der wirklich, wie heißt es, vielversprechendsten Projekte. Das Problem war damals, dass ein Whale knapp 1000 NFTs der Kollektion gekauft hat. Und natürlich im Space, wir wollen das ja auch alle, dass er eben reguliert ist durch die Community und nicht durch eine Person. Und das war dann für das Projekt zum Beispiel direkt schon mal ein absoluter Untergang. Ich habe in die Krypto-Dads investiert, das ist auch nicht perfekt gelaufen, aber es waren alles auch Herzensprojekte, wo ich wirklich einfach die Story dahinter cool fand. Und das ist auch, glaube ich, super wichtig, dass man eben auf die Story achtet, dass man eben nicht nur investiert, um Geld zu machen, sondern auch ein bisschen schaut, dass man irgendwo investiert, wo man sich mit, wie heißt das, du hilf mir mal auf die Sprünge, du weißt, was ich meine. Was meinst du? Ach so, du meinst quasi zur Community, dafür gehört und das Ganze führt, dass man so Teil des Projektes ist und auch aktiv mitwirken kann. Ich denke mal, so meinst du das. Ja, genau. Ja, aber ich habe mit ETFs auch angefangen, also ich habe auch meinen ETF-Sparplan, ganz klassisch, das war tatsächlich noch vor Kryptos, das erste so. Ja, also ich glaube, das ist ja wirklich so, dass sehr viele, es sei denn, sie stoßen jetzt durch, wie hier, so eine Art Format von Podcast dazu, dass sehr, sehr viele, so war es bei mir halt auch, durch den Finanzbereich, durch die Kryptoberührung, die dann automatisch zustande kommen, auch irgendwann mal was von NFTs lesen und dadurch, dass wir halt, ja, durch die, wie soll ich das sagen, durch nicht dieses stumpfe Aktienverhalten, sondern eher durch ansprechende bunte Bilder und, oder Play-to-Earns halt die Möglichkeit haben, uns da mehr zu identifizieren als möglicherweise auf dem, ja, doch, ja, wie gesagt, stumpiden Aktienmarkt, hat man, kommt man in den NFT-Space rein und das verleitet ja auch sehr leicht so, ne, und wie du dann ja auch jetzt schon die Erfahrung gemacht hast und ja mitgeteilt hast, geht man da mal so in das eine oder andere Projekt rein, meiner Meinung nach ist das auch erst mal so die Erfahrung, die man machen sollte, jetzt nicht unbedacht, aber allein sich die Metamask einzurichten und sich einfach mal auf OpenSea umzuschauen, dann mal in die Discords beizutreten, das macht schon durchaus Sinn, diese Erfahrung zu sammeln, ne. Klar, wenn man natürlich dann schon die ersten Erfahrungen positiv abschließen kann, ist das natürlich umso schöner, aber ich glaube gerade, was so den NFT-Space angeht, ich glaube, da laufen lernen und sich mit Leuten austauschen und da möglicherweise mal, ja, das ist jetzt keine Anlageberatung hier, das sage ich ja auch immer, aber da möglicherweise die ein oder andere Investition zu tätigen, mit Geld, was möglicherweise einem jetzt nicht direkt in den finanziellen Ruin treibt, ist dann gar nicht so verkehrt, weil man lernt dann einfach diesen Space halt zu kennen, ne, und dadurch bist du ja dann auch wahrscheinlich, nachdem du gedacht hattest, ich will ja nicht nur Geld verlieren oder mich in andere Projekte rumtreiben, sondern dadurch bist du ja auch erst, das meine ich halt mit Lernen, auf die Idee gekommen, ein eigenes Projekt zu starten, ne, und ich würde sagen, da kommen wir doch einfach jetzt gleich zu, weil das passt jetzt einfach, dein Projekt heißt The NF Beehive Be Ready, was ist das? Sehr schön, hast du super gesagt, wir versuchen bei der NF Beehive die Bienen nachhaltig zu retten und das eben verbunden mit dieser spannenden neuen Technologie NFTs, warum das Projekt jetzt anders ist, als viele andere, die aktuell auf dem Markt sind, liegt daran, wie gesagt, wir tun auch was Gutes, wir verdienen nicht einfach nur Geld damit, wir tun was Gutes, wir haben verschiedene Benefits, zum Beispiel, wir haben knapp 1470 Gegenstände, die die Community gewinnen kann durch unsere Giveaways, wir haben da unseren eigenen Honig, der ist gebrandet mit unserem Logo, wir haben Partner, von denen kriegen wir Rucksäcke, wir haben wirklich schöne Ketten, die man auch tragen kann, also jetzt nicht einfach nur irgendwelche kleinen Goodies, sondern tatsächlich coole Giveaways für die Community, echte Bienenhäuser und das wiederum sind auch alles Projekte, wo wir diese ganzen Produkte herbekommen, die mit dem Gewinn dadurch wieder was Gutes für die Bienen tun, zum Beispiel, indem sie Wildwiesen kaufen oder anderweitig Bienen retten, ja, dann geht auch direkt vom Umsatz 30% weg an die Charity-Organisation, für die die Community sich entscheidet. Das war mir auch ganz wichtig, dass es, wie gesagt, ein Community-Projekt ist. Wir haben vier verschiedene Charities zur Auswahl und die Community entscheidet am Ende des Tages, wer davon unterstützt werden soll. Genauso geht das ganze Ding aber noch weiter. Von den Secondary-Sales-Einnahmen werden wir 60% lebenslang abgeben. Und genau, das ist so grob erstmal, denke ich, so die Benefits von unserem Projekt beschrieben. Die Kollektion besteht aus 9.999 NFTs, das sind natürlich, wir sprechen von Beehive, Bienen-NFTs, mit sehr coolen, lustigen Trades, da haben wir dann zum Beispiel eine Bene, die dann auf einmal einen Astronautenhelm aufhat, ja, oder zum Beispiel eine FFP2-Maske oder einen Diamantenstachel oder Wolken als Flügel und einfach wirklich so abgespacede einzelne Trades, die ja auch irgendwie dieses NFT-Space so ein bisschen widerspiegeln, ein bisschen abgespaced, ein bisschen was Verrücktes, sich was trauen. Du hast jetzt sehr viel schon über die Utility erzählt, was ihr alles bietet, aber erklär doch mal den Zuhörern, was so die Story dahinter ist. Also auf eurer Internetseite, die verlinke ich in den Shownotes, kann sich auch gerne jeder mal anschauen, redet ihr davon, beziehungsweise du, dass die Bienen in Frieden und Harmonie leben oder gelebt haben, aber mittlerweile, ja, davon bedroht werden. Was meinst du damit? Was steckt hinter dem Projekt? Und wie bist du halt wirklich darauf gekommen, dafür zu sorgen, dass ihr, ja, die Bienen, ich weiß es jetzt nicht, vom Aussterben bedroht, möglicherweise bedroht sind, zu helfen? Also wie bist du auf diese Thematik gekommen, auf dieses Projekt? Okay, das splitten wir, denke ich mal, in zwei Teile. Der erste Teil ist der, wie gesagt, warum ich ja quasi mich für Bienen entschieden habe im NFT-Space. Ja, das war, liegt einfach daran, ich habe mir überlegt, okay, ich möchte mir mein erstes Standbein aufbauen können im NFT-Space. Das Ganze, dieser Space hat mich einfach gecatcht, ein Teil von diesen Communities zu werden, zu sehen, wie die Leute da drauf sind, das war einfach so unglaublich für mich. Und dann habe ich mich halt mit der Frage auseinandergesetzt, was kann ich denn machen? Ich möchte auch was Gutes tun. Ich habe auch schon damals versucht, ein Projekt zu starten, was auch einen guten Hintergrund hatte, womit wir auch Gutes für die Welt getan hätten. Aber das war halt noch mein allererstes Projekt sozusagen, dass es nicht gleich geflogen ist, denke ich, auch in Ordnung. Man lernt ja viel. Ja, aber dann habe ich halt überlegt, was sind denn für Tiere, die tatsächlich wichtig sind für die gesamte Weltbevölkerung, über die jetzt gar nicht mal die Jugend so intensiv Bescheid weiß. Und das sind halt tatsächlich die Bienen. Ob man es glaubt oder nicht, Bienen sind unfassbar relevant für uns. Ohne die Bienen können wir gar nicht überleben. 80 Prozent aller Nutzpflanzen werden durch Bienen bestäubt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie der Supermarkt aussehen würde, wenn wir keine Bienen mehr hätten. Ja, und das ist einfach inzwischen mittlerweile wirklich ein Herzensprojekt von mir geworden. Ich meine, jeder kennt die, wie heißen sie jetzt, die... Biene Meier. Das ist ja auch eine gute Nummer. Ich wollte auf was anderes hinaus, auf die bösen Hornissen zum Beispiel oder die Westen. Mit denen kann sich keiner verbinden. Also die mag keiner, aber Bienen liebt jeder. Jeder liebt die Bienen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, ich komme ja aus Düsseldorf und wir haben ja hier unseren Karneval. Ich glaube, bei euch heißt das ja Fasching. Das wird bei uns nicht so gesagt, deswegen bitte nicht Fasching sagen. Aber da gibt es halt auch sehr viele, die sich dann gerade so, ja, die Frauen als Bienen verkleiden. Also irgendwie mit Bienen kann sich irgendwie jeder identifizieren. Da hast du schon recht, ne? Also das stimmt schon. Ja, wirklich. Es ist auch da zusätzlich dazu eben sehr schade, wie viele Bienen tatsächlich mittlerweile schon auf der roten Liste stehen. In Deutschland allein über 50 Prozent. Und das bedeutet ausgestorben oder kurz davor. Und es wird einfach Zeit, dass wir was ändern. Und da geht es wirklich darum, eben nicht nur irgendwo jetzt einmalig Geld hinzuspenden und dann ist damit alles getan. Nein, so funktioniert es nicht. Wir müssen den Mindset ändern und das eben in der jungen Generation, in hauptsächlich noch mehr meiner als deiner, ja, wenn ich das so sagen darf. Und ja, das ist wirklich jetzt mittlerweile einfach ein Herzensprojekt geworden von mir, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwo was zu spenden, sondern auch den Mindset der Leute ändern zu können. Und das eben cool auf eine coole und neue spannende Art und Weise. Ja, nämlich persönlich, ich weiß nicht, ob ich die Folge jetzt ausstrahle, ja, deine Generation, meine Generation. Nee, aber das habe ich dir ja auch persönlich schon gesagt, ich finde es faszinierend. Du bist 21 und bist einfach schon so weit, also in dem Alter war ich noch nicht so weit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde das super, was du machst. Du hast gesagt, das ist schon das zweite Projekt. Wie gesagt, also Hut ab, Chapeau. Du machst das Ganze aber nicht alleine, ne? Du bist quasi so der, wahrscheinlich ja der Kopf dahinter. Du hast das auch ins Leben gerufen. Aber ihr seid aber ein Team von mehreren Leuten, oder? Genau, ich habe ein super starkes Team im Hintergrund, die mich da natürlich mega unterstützen. Ein Backend-Developer, ein Frontend-Developer, ein Artist. Und das ist natürlich dann ein sehr gut aufgestelltes Team, ja, mit dem man natürlich perfekt einen NFT-Drop aufbauen kann. Und wir kennen uns tatsächlich auch alle schon seit vielen Jahren, fast schon seit einem Jahrzehnt. Und wir waren irgendwo alle mal auf der gleichen Schule oder sind im gleichen Dorf aufgewachsen. Und ich hatte dann das Glück, als ich mir, ja, sagen wir es so, das ist, glaube ich, interessant. Die Erfahrung, die ich aus meinem ersten Projekt gelernt habe, da war ich noch so ein bisschen, okay, ich will eigentlich wenig Prozente abgeben. Ich will alles selber machen, jede Aufgabe, ich muss alles selber, ich lerne mir jede Sache neu an, ich kriege das alles hin. Das war das erste Learning, was ich, glaube ich, aus meiner ersten Idee mitnehmen konnte. Gib Prozente an den Stellen ab, wo du wirklich nicht dein Know-how hast. Damit kommst du viel weiter. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, ich brauche definitiv einen Künstler. Ich kann nicht zeichnen, ist auch fein. Wen kenne ich in meinem Umkreis, wer super zeichnen kann? Das war eben der Paul. Und gleich kontaktiert und er war mega begeistert von dem ganzen Projekt. Hat sich auch selber schon mit NFTs ein bisschen auseinandergesetzt gehabt. Und ja, dann eben mein Backend-Developer, auch ein langjähriger, sehr guter Freund von mir, wo ich eben auch schon wusste, dass er die IT-Komponente sicherlich übernehmen kann, sich da natürlich auch reingefuchst hat. Ja, es ist ja alles sehr neu noch. Aber ich wusste auch, dass er sich viel mit Kryptos auseinandersetzt und das war dann auch ein Jackpot. Und die dritte Komponente, der Frontend-Developer, wusste ich auch schon, dass er viel mit Kryptos und NFTs zu tun hatte. Ja, also wie gesagt, immer noch faszinierend, in dem jungen Alter so zu denken. Sind deine Companions, also seid ihr so ein Freundeskreis oder ist das mittlerweile so geschäftlich, dass du auch sagst, so nee, da sind mittlerweile auch andere Leute mit dem Boot, die auch mehr Erfahrung haben, die dir auch viel Rat geben können. Wie ist das bei euch? Also wir sind tatsächlich relativ verteilt, weil ich wohne jetzt noch ein bisschen außerhalb von München. Der Großteil, also die zwei vom Team wohnen schon direkt in München drin. Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir uns schon lange kennen, aber jetzt nicht every day was miteinander zu tun haben. Aber wir sehen uns regelmäßig arbeiten am Projekt, haben da mega viel Spaß. Aber es ist auch, denke ich, wichtig, dass man eben ein bisschen Arbeit und ganz privates Leben voneinander trennen kann. Weil ja, wie gesagt, wenn man 24 Stunden aufeinander hockt, ob es jetzt im Biergarten ist oder dann eben im Schwimmbad oder dann beim NFT-Projekt, ja, dass es dann halt doch vielleicht irgendwann ein bisschen zu viel des Guten sein kann. Das andere, was du ja gesagt hattest, war meine Kontakte so mehr oder weniger, ob ich denn jetzt, ob alle in meinem Umfeld so jung sind. Also das Core-Team tatsächlich, ja, wir sind alle um die 21, 22, aber ich habe natürlich auch schon eine Sache verstanden und das ist, es gibt nichts Wichtigeres als ein Netzwerk zu haben. Und demnach bin ich natürlich auch auf der Suche immer weiter nach weiteren Mentoren und habe da auch schon sehr interessante Kontakte knüpfen dürfen, die mir helfen, wenn es um Verträge geht, die ganzen rechtlichen Geschichten im Hintergrund oder auch wie man in Verträge reingeht, in Verhandlungen reingeht, wie man Präsentationen aufsetzt, den ersten Pitch aufbaut. Da bin ich mehr als dankbar, dass ich das auch schon gefunden habe, die Unterstützung. Krass. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das sage ich dir ganz ehrlich auch. Das habe ich auch gemerkt. Ein Netzwerk, einfach Leute zu finden, die einem einen Mehrwert geben, also mit dem man sich austauscht und von denen man auch wirklich lernen kann. Wie du schon sagst, es ist immer einfach zu sagen, man macht alles selber und will sich alles selber aneignen. Ich glaube, das ist auch das, was uns so antreibt, dass man für irgendwas sich begeistern kann und dann auch irgendwie 100 Prozent geben will. Aber letztendlich steckt immer so viel Arbeit dahinter, dass man irgendwie auch lernen muss, Sachen abzugeben und sich auch von anderen Meinungen anzuhören. Also das habe ich auch gemerkt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das finde ich auch cool, dass du das machst. Kommen wir mal auf das NFT-Projekt nochmal zustande. Wir sind jetzt mal die Leute dahinter eingegangen. Du hast das vorgestellt. Wie seid ihr denn so einen Zeitplan? Habt ihr einen Zeitplan? Habt ihr ein MINT-Datum? Sind da Sachen bekannt? Wie viel ein NFT kosten wird? Und fangen wir damit nochmal so ein bisschen über das NFT-Projekt anzureden. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Frage und wichtige Frage, vor allem weil der NFT-Space ja so schnelllebig ist. Also hier ist eine Woche wirklich wie ein halbes Jahr gefühlt. Tatsächlich ist das eine Sache, die ist mir sehr wichtig. Ich möchte den Job richtig angehen. Ich möchte keine halben Sachen machen. Ich mache ganze Sachen. Und das bedeutet auch, dass ich ein gewisses Budget haben möchte fürs Marketing. Ich bin gerade auf der Suche nach interessanten Kollaborationspartnern. Und hier aber eben nicht nur aus dem NFT-Space, sondern aus der realen Welt, um diese Brücke schlagen zu können. Um nochmal vielleicht spannendere Benefits bieten zu können. Da kann ich, wie gesagt, noch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich möchte nichts versprechen, was nicht stattfindet. Aber ich bin im Hintergrund mit sehr interessanten Leuten, Firmen, Firmen in Gesprächen, die dann eben Partner von uns werden, mit denen wir Sachen auf die Beine stellen werden in Zukunft. Und das wird eine richtig große Nummer. Aber ich bin noch auf der Suche nach weiteren Sponsoren. Habe mir dann eben eine Summe X vorgenommen, die ich erstmal sammeln möchte, damit ich dann eben das Marketing richtig angehen kann über die verschiedenen Kanäle, die man dann natürlich nutzen sollte. Und genau, da bin ich eben noch auf der Suche. Habe auch gemerkt, das ist tatsächlich eine relativ schwierige Geschichte, weil erstmal 90% aller Firmen schon mal absagen. Ja, weil die noch nichts von dem NFT gehört haben und vielleicht auch sehr konservativ das Unternehmen an sich ist. Und damit prallst du schon mal ab, weil die noch nichts davon gehört haben, haben zu großen Respekt davor. Oder es passt nicht zur Brand Identity. Also die Sponsorenakquise ist tatsächlich deutlich, also ist nicht deutlich schwerer, als ich gedacht habe. Ich wusste, sie wird schwer. Ja, aber sie ist wirklich sehr schwer. Deswegen möchte ich da jetzt kein Datum festlegen. Ich habe in meinem Kopf genau den Plan, aber ich kann nichts versprechen. Was ich mir wünschen würde, ist halt, dass die Leute da Vertrauen in das ganze Projekt haben, wenn sie es eben so toll finden wie ich. Und auch das verstehen können, warum ich sage, ich möchte lieber ein, zwei Monate länger brauchen, anstatt jetzt irgendwie was zu überstürzen. Ja, kommen wir doch dann dazu. Was kannst du denn uns mitteilen, was bisher feststeht? Wie viele NFTs wird es geben, was wird ein NFT kosten, welche Utilities sind möglicherweise schon bekannt? Klar, du kannst jetzt nicht alle nennen, hast du auch schon gesagt, weil vieles nicht bekannt ist. Aber nenn uns doch einfach mal die Sachen, die du uns schon preisgeben kannst und was schon bekannt ist. Na klar, sehr gerne. Also die Kollektion besteht aus 9999 NFTs. Das Erste, was denke ich, uns schon mal auszeichnet, ist die große Anzahl an einzelnen Trades. Wir könnten tatsächlich 66 Milliarden einzelne NFTs erstellen mit der Anzahl an Trades. Das habe ich auch schon bei Kollektionen gesehen. Die zeigen die zehn besten Artworks. Und dann kaufst du dir einen NFT, weißt ja noch nicht, wie es aussieht. Und am Ende des Tages bist du mega enttäuscht, weil es absolut nicht so aussieht, wie das, was du auf Twitter und auf Instagram die ganze Zeit zu sehen bekommen hast. Also das kann ich schon mal versichern. Man kann auch auf unserer Homepage, wir haben eine Trade-Overview gebaut. Da kann man auch anschauen. All die einzelnen Trades kann jeder durchklicken. Auch die prozentuale Wahrscheinlichkeit, wie häufig denn dieser Stachel oder dieses Flügelpaar vorkommt zum Beispiel. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben unseren eigenen Honig. Wir haben tatsächlich NF Beehive gebrandeten Honig mit einem super coolen Partner, der dann wiederum mit dem Umsatz, den er generiert, Wildwiese, also eine Wildfläche kauft für die Bienen. Mega. Das Nächste ist, wir werden auch echte Bienenhäuser verteilen innerhalb der Community. Da natürlich auch wirklich nur ausgewählt an Leute, die das Imkern anfangen wollen und das Ganze auch ernst nehmen würden. Das werden wir natürlich dann auch genau überprüfen. Ja, aber das ist auch eine coole Utility. Das Nächste ist, wir haben 200 Bienenketten, die wir innerhalb der Community verteilen. Da kriegst du auch ein Zertifikat, dass du eben eine Biene adoptiert hast. Das sind die Adopt-A-B-Necklaces. Dann haben wir noch 200 recycelte Backpacks. Richtig cooles Design. Gelb. Und das war mir auch wichtig, dass es nicht irgendwie einfach nur so Goodies sind, die dann im Schrank verschwinden, sondern dass es wirkliche Giveaways sind. Produkte, die man im Alltag trägt und mit sich nimmt. Und gerne schau dir auch die Webseite an. Die Rucksäcke sehen auch tatsächlich mega cool aus. Ja, das heißt, auf der einen Seite tust du direkt was Gutes mit deinem Investment. Also 30% gehen an die Organisation, für die du dich am meisten interessierst. Dann kriegst du aber auch viel zurück durch Giveaways. Und wir verlosen eben nicht nur einen Tesla, wie es viele Projekte machen und so betiteln. Und dann gewinnt es der Bruder. Sondern wir haben so viele Einzelteile, damit wirklich der Großteil gewinnen kann und auch was zurückbekommt. Und das sind nur die Utilities, die bis jetzt bekannt sind. Ja, genau. Du hast ja gesagt, da kommen dann auch Utilities dazu. Also Goodies, Möglichkeiten für die Leute, die bei euch in NFT minden, noch was anderes zu bekommen. Hört sich aber, wie gesagt, das ganze Projekt für mich echt super an. Also das ist, hatte ich ja Anfang der Sendung gesagt, für mich ein Grund gewesen, warum ich dich auch in dieser Show haben wollte. Weil das einfach auch mal so ein Blick, ein anderes Blick auf den NFT-Space wirft. Sodass es nicht immer nur um Flippen geht, um schnelles Gewinnen, um das ganz große Geld. Sondern dass damit auch, ja, Möglichkeiten entstehen, auch was Gutes zu tun. Und das finde ich halt auch wichtig. Das ist auch das, was ich ja in meinem Podcast täglich versuche zu vereinen. Dass wir zum einen diesen NFT-Space haben durch die Technologie, wo noch gerade im deutschsprachigen Raum sehr, sehr wenig Verständnis für da ist. Aber durch die Technologie, die einfach dahinter steckt, uns Möglichkeiten neu gegeben werden, die so ein Projekt, wie du es hast, die Intentionen, die du hast, dadurch einfach ermöglichen. Also das finde ich echt, finde ich super, sag ich dir ganz ehrlich. Freut mich mega, dass es auch so ankommt. Das ist mir auch sehr wichtig, dass es eben nicht nur irgendwas ist, was ich hier im Internet erzähle und die Leute verstehen es nicht. Das ist auch mega, dein Feedback dazu bekommen. Danke auf jeden Fall schon mal dafür. Ja, du hattest mir auch zu Beginn der Show gesagt, dass du auch schon jetzt den ein oder anderen Fernsehauftritt hattest, wo du begleitet wurdest. Sag doch mal abschließend, wo können die Leute dich noch finden, wenn sie sich über das Projekt informieren wollen. Klar, ich werde auch eure Internetseite und so in die Show Notes packen. Aber sag doch mal, vielleicht gibt es da eine Reportage, wo die Leute die Möglichkeit haben, oder dich auch, wenn jetzt quasi ein Unternehmen hier zuhört, was jetzt nicht abwegig ist, dich kontaktieren kann. Also das Erste, wir wurden jetzt begleitet vom Bayerischen Rundfunk. Die haben eine Dokumentation gedreht über Kunst und Nachhaltigkeit, was ja auch ein unglaublich wichtiges Thema noch an der Stelle ist, dass man erwähnen sollte, welche Blockchain wir benutzen. Aber da komme ich gleich zuerst mal auf deine Frage. Ja, da kann man uns in der ARD-Mediathek, wenn man Capriccio eingibt, das ist die Show von vorgestern gewesen, da sind wir ungefähr in dem Beitrag in der Mitte und am Ende drin. Da könnt ihr dann auch mal noch einen bildlichen Einblick sozusagen bekommen zu dem ganzen Projekt und auch dem Team, wer denn wirklich hinter diesem Drop steckt. Und sehr gerne auch über Instagram kann man mich kontaktieren natürlich, entweder über die Projektseite oder auch über meinen privaten Instagram-Account. Ich freue mich wirklich über jeden Austausch. Ich finde es mega zu sehen, auch bei dir, wie die NFT-Community immer weiter wächst. Ich habe das Gefühl, es kommt jetzt langsam endlich auch in Deutschland an, wie es in Amerika eben schon letztes Jahr war, dass es eben in Deutschland sich auch immer mehr festigt. Und da sind wir natürlich auch noch, wenn wir immer von Qualitäten sprechen bei NFT-Drops, wir sind gedoxt, man kann das Team anschauen im Internet. Wir haben eine Firma gegründet, wir sind nicht irgendwo in Dubai, sondern wir sitzen hier in München. Es gibt eine Firma, wir sind alle, wir stehen in der Öffentlichkeit. Das sind alles, denke ich, nochmal auch Pluspunkte dafür. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, Solana, die Blockchain, ganz großer Kritikpunkt in der Welt immer. Dass NFTs ja nur die Umwelt verschmutzen, nur schlecht sind. Und das finde ich tatsächlich eben mega schade, dass die Leute dann gar nicht tiefer gehen und sich auch mal ein bisschen informieren. In die UK, WWF UK zum Beispiel, haben einen NFT-Drop gemacht auf Polygon. Da gab es so eine große Kritik, dass sie das Projekt eingestampft haben. Warum? Weil Leute auf Instagram gegangen sind, dann was kommentiert haben, was schon mehr Strom verbraucht hat, als wenn sie einfach ein NFT gekauft hätten zum Beispiel. Und ja, eine Kennzahl, eine, die, glaube ich, für die Leute auch sehr interessant ist. Eine Transaktion auf Ethereum verbrät 700 Millionen Joule. Eine Solana-Transaktion dagegen 1.800. Das heißt, wir können knapp 380.000 Solana-Transaktionen tätigen, bis wir den gleichen Verbrauch haben wie mit einer Ethereum-Transaktion. Das ist wirklich doch unglaublich, oder? Ja, also über die Blockchain-Technologie, ich glaube, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dann, ich meine, wir sind jetzt schon am Ende der Sendung angekommen, aber ich glaube, dann bräuchten wir nochmal zwei Folgen, um das vielen zu erklären, die da jetzt noch nicht so drin sind. Aber um es kurz zu fassen, ja, ich weiß um die Vorteile der Solana-Blockchain, weiß auch um die Nachteile der Solana-Blockchain, was da letztens auch passiert ist. Wie gesagt, wer sich darüber nochmal auch genau informieren will, der sollte sich die letzten Podcast-News-Folgen von mir anhören. Aber wie du auch schon sagst, Ethereum ist möglicherweise aktuell sicherer, möglicherweise die bessere Blockchain. Aber was die Energie, den Energieverbrauch angeht, aktuell natürlich das, ja, ich will nicht das Schlimmste sagen, aber Verschwenderischste, sagen wir mal so. Deswegen hoffen wir alle auf den Wechsel auf 2.0 Ende des Jahres. Und was bei Ethereum natürlich auch mitkommt, ist das Gas, was wir da natürlich noch haben. Also da bezahlen wir bei NFT-Projekten. Und ich meine jetzt, wir nehmen die Folge jetzt auf, vergangenes Wochenende. Ein paar Tage zuvor hatten wir den The Other Side Drop mit dem Lenzel von Yuga Labs, wo ich dabei war. Und da haben wir mal eben als Gas zwischen 2 und 5 Ethereum bezahlt. Und das sind mal eben 6.000 bis 15.000 Euro nur Gebühren, die bezahlt werden mussten. Und das kannst du keinen groß erzählen, der da nicht in dem Space drin ist. Und meiner Meinung nach, das hat auch, also wenn das so auf Dauer bleiben sollte, schon also wirklich Zukunftsprobleme, was das auch kaputt machen könnte. Aber das ist ein anderes Thema, bevor wir jetzt zu weit abschweifen. Lennart, es hat mich tierisch gefreut. Ich hoffe, wir wiederholen das Ganze. Ich gehe davon stark aus. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören, spätestens nach dem Drop, wenn alles erfolgreich ist. Vielleicht haben wir auch nochmal vorher die Möglichkeit, je nachdem, wie lange es jetzt noch dauert, bis das kommt, dass du uns vielleicht auch noch hier erzählen kannst, was so neu ist an Newstim. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Für alle Zuhörer, ich werde die Links, die mir Lennart zukommen lässt, in die Show Notes packen. Da könnt ihr euch dann alles nochmal anschauen und euch selber informieren. Wer da Interesse hat, Lennart, abschließend, hast du noch irgendwelche Worte an die Zuhörer? Ja, bitte kontaktiert mich, bitte. Jede Frage ist, ich bin für jede Frage offen. Ich freue mich über jeden Austausch. Ich kann gar nicht genug davon haben, mich mit euch auszutauschen. Also bitte einfach scheut euch nicht und schaut entweder auf dem Discord vorbei, schreibt mir über die NFB-Hive-Seite oder über meinen privaten Instagram-Account. Genau. Und vielen lieben Dank auch, dass du mich hier dabei hattest. Das war eine sehr coole Erfahrung auf jeden Fall. Und ich hoffe auf ein nächstes Mal. Das hoffe ich auch. Wird auf jeden Fall kommen, verspreche ich. Alles klar, in diesem Sinne wünsche ich dir und allen Zuhörern noch einen schönen Tag und wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt All in NFT.